Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben heute eine neue Runde StarCraft 1 vs. 1 mit mir euren Rob als eigentlich Zerg, ja doch ich bin Zerg, da ist es wieder auf der Port Alexander LE. Ich habe lang nicht mehr gespielt im 1 vs. 1 und vor allem als Zerg, mal gucken ob es noch reicht. Zur Info, oder MuttiP hat gerade Probleme mit dem Internet, darum kamen jetzt keine Videos. Er kommt nur mit dem Handy rein, aber komplett Internet ist, also sein Router geht irgendwie nicht mehr. Wir sind dran das Problem irgendwie zu lösen, aber wenn man nicht weiß genau was es ist, ist halt immer schwierig zu sagen, ok das geht morgen oder geht übermorgen wieder. So wir spielen, ok was haben wir denn gespielt, ich habe euch aufgepasst, gegen Bodos, die ZVP, U2 natürlich, du auch meiner. Wir werden Double Hedge spielen, Eröffnung und scouten mit den Overlords. Da ist er denkt, wir gehen auf Makro und dann werden wir mit den Two Bays und dem spielen, mit drei Hedges. Hier drin sozusagen nur als Laufenproduktion. Cannon Rust dürfte ich hier auf der Map, naja, gegen Zerg nicht unbedingt. So, dann nehmen wir mal die Hedge dann, fahren wir schon mal runter. So, Hedge kommt, Scout kommt nicht, dann muss ich nochmal hier rundherum scouten, weil gerne setzen sie dann hier auf Cannon Sin in die Base, in die Mineral Line. Nein, hier ist nichts. Ok, den können wir gleich mal abfahren. So, Gas nehmen, dass ihr sieht, es kommt was. Und das nehmen. So, das kann er mit auf die Eins. Meine Throne nehme ich nur auf die Zwei. Ja, können wir uns schön anhitten, gegenseitig, mir egal. Ich heile mich doch auch, so alles schick. So, Gas nicht vergessen. So, und da ist er auch schon tot. Dann brauchen wir als nächstes eigentlich kein Overlord. Pool müsste gleich durch sein, ist sehr gut. So, Pool ist durch, aber brauchen wir mal zwei Queens. Gas haben wir noch nicht genug. Er macht Exit first. Ok. Nehmen wir die nächste Dales. Und werden dann noch Bailing dazunehmen auf jeden Fall. Und jetzt noch den Overlord. So, dann sind wir gleich Supply Block. So, Bailing ist. Ich weiß gar nicht, ob mich auf den Kartonagen sieht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Insekten nicht vergessen. Ok, Stalker kommt. Ja, der kriegt mich nie mehr. Könnten vier kommen. Oh, meine Katze ist im Bild. Das ist nicht gut. Das werdet ihr zwar nicht sehen, aber ich sehe kurz nichts. Das ist schlecht. So, dritte Base kommt. Noch ein bisschen Supply im Thron. Noch ein zweites Gas. Und dann bräuchte ich auf jeden Fall nochmal zwei Queens. Da kam irgendwas. Oder? Ne, doch nicht. Queen dazu. Nicht genügend Energie. Nächste Queen dazu. Dritte ist fertig. Die wird aber nicht saturiert. Wir brauchen nicht genügend Energie. So, die passen soweit alle. Die passen alle. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Polly. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Die kommen auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Overlords. Die kommen auf jeden Fall. Double Queen ist halt gegen Oracle halt ziemlich gut. Kann ich wenigstens das Oracle abwerden und brauch keine Türme. Man kann halt nebenbei noch Creeps spreaden. Und das müssen wir auf Kriecher glanzieren. Die kommen auf jeden Fall. Ich hoffe... Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht gewachsen. Ich bin nicht zufrieden. Dann muss uns auch malHENEN. Ich bin nicht gefährlich. Ich bin nicht gefährlich. Und jetzt? da würde ich sagen tecmo hoch und gehen dann auf hydrasp so was macht er denn schönes gar nichts so dann nehmen wir gleich die hydra upgrade jetzt habe ich eine katze hier im hintergrund die irgendwas rum bämmst warum auch immer hierhin bitte hierhin bitte danke das war nicht so durchdacht und vielleicht sollte auch nur einer mitgehen und schon mal hier vorgucken mehr lang was er denn schönes hat ok fast kolosse dagegen soll ich was tun da jetzt noch reinkommen ist die frage das stellt alles auf bersten da hat er noch die schild batterie 2 base kolosse ok müssen wir die plant warum ändern nehmen noch ein bisschen mehr gas da jetzt das schon der base gehabt die dritte hier kommt raus die streitkräfte werden angegriffen das ist ein bisschen mehr das ist ein bisschen mehr aber wir können jetzt muten bauen hier drei er da rein gucken ob wir jetzt noch mal durchkommen und bauten hat jetzt sehr gut nachgeholt so gucken wir mal was hier drin ist ich brauche mehr bis pingast sehr schlecht da reichen meine mut noch nicht bisschen hoch decken waren sechs müssen noch hier an mehr bis pingast immer mehr bis pingast so dann macht er wieder an bei die mut mit gefärmen und ich brauche mehr mut jetzt habe ich total von nachgesicht wir brauchen mehr mineralien und lassen mal die hydras als vielleicht wir brauchen mehr bis pingast ich habe doch genug mineralien da kann ich mir doch eine vierte nehmen wir brauchen mehr overlords wir brauchen mehr overlords und mit Tacken und mit Tecna hoch auf Ulis Ulis sind immer gut so jetzt ihr da hin ihr da hin und ihr alle da hin Neuro-Lots um uns auch. Oshons. Und halt mass Cannons. Was hat er hier noch? Gates, 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 Unende, Gates. Und überall Cannons. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen mehr unseres Regementes. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. unsere streitkräfte werden angegriffen noch etliche an echo schaden machen und dann gleich zurück die flyblock setzen dass er nicht nach supporten kann und dass er halt viel nachbauen muss ok so hier euch können wir mal evakuieren ok er greift von beiden seiten an das hat er für upgrades 2-2 ja das ist ziemlich viel das sieht schlecht aus ja 2-2 ist vorbei ja komm rausgehen schade wie gesagt lang nicht mehr gespielt jetzt wären noch ein paar roach doch nicht schlecht gewesen bin ich ja ich bin die a3 wie immer gerankt das passt also soweit da muss ich sagen sehen wir uns endklarat bis dahin tschüss jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020